Orangen Beim Einkauf ist es wichtig darauf zu achten, dass Orangen im Verhältnis zu ihrer Größe relativ schwer sind und keine dunklen Stellen besitzen. Hat man sie da mal gekauft, halten Orangen bei Zimper-Teparatur ungefähr eine Woche im Kühlschhaus, so zwei bis drei Wochen. Will man nicht nur die Frucht, sondern auch die Schale verzehren, beim Kochen verwenden oder zum Backen verwenden, so sollte man echt darauf achten, dass sie biologisch sind und die Schale unmehr handelt. Orangen sind ein Kraftpaket und ein wahres Wundermittel gegen Grippeviren im Winter. Sie sind sehr, sehr Vitamin C reich, haben Kalium, Phosphor, sie wirken handtreibend, verdauungsfördernd, sie sind ein wahres Wundermittel. Also, essen!